Der Psychiater malt einen Kreis und sagt zum Patienten. Woran denken Sie, wenn Sie das sehen? Sex. Der Psychiater malt einen Baum. Antwort des Patienten. Sex. Das gleiche beim Haus, Pferd, Stuhl und so weiter. Antwort ist immer. Sex. Sagt der Psychiater. Immer denken Sie an Sex. Sie sind ja sexsüchtig. Wer? Ich. Wer malt denn immer diese schweinischen Bilder?